ARD Text im Auftrag von Funk Wer ist schnell aus der Strader oder wie viel zu bald gleich oder? Ja aber aushalten tun halt die Strader bisschen mehr. Naja... Wir müssen hinter uns, schau mal nach wie jetzt einfach... Ah, ich kann nicht kurz weil ich kann nicht die Kamera so druckt an, wie sie einander sehen können. Sieg es nicht. Achtung für uns an die goldenen Teile, gell? Naja... Bleib mal, bleib mal, bleib mal, ich kann nicht... Ah scheiße, nein, 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 nein... Wir erketten sie auch einfach rammeln, gell? Ja... Versuch mal nach rechts rüber zu fahren irgendwie, da kann ich nicht spotten. Nee, jetzt nix mal. Hol doch... Nee... Fett in die Auswand rein. Ja... Ich muss steuern. Ich mach ein Loch da... Langsam, langsam, langsam! Was ist ein Loch? Ja, hier war Loch... Ja, da hat er ein Loch... Guck mal, da ist ein Stein davor! Hahaha... Ist das hier Lalan? Na, der, 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 der rammt mich sicher, ich bin das Sauer. PHK, was ist ein PHK? Der Hauptkommissar, alter! Wir werden vom Hauptkommissar verfolgt! Alter, aber... Wohin fahren wir denn überhaupt? Ramm ihn einfach, ramm ihn einfach! Ramm ihn einfach! Ich bin für dir! Ich sag ja, fahr Schleife und ramm ihn! Gib ihm volle! Ich fahr für dir noch, ich weiß noch nicht... Na, fahr grad weiter, fahr die Straße grad weiter! Ok, das passt, das passt! Und der fährt rechts! Hahaha... Boah, boah, er will, er will! Hahaha... Jetzt haben wir ihn... Also ein zweiter kommt... Wo ist er Mauer, alter? Fuck! Das ist das... Hahaha... Neiii... Davi, den darf ich mir jetzt rammeln! Ohm... Vehicle des Match... Wie balzert das Fahrzeug? Jaaa... Naaa... Jaaa... Alles cool, alles cool! Hahaha... Das war irgendwie im selben Lernen einfach! Hup, hupp, hupp! Hup, hupp! Hahaha... hab's nicht... Heh! Ey, da wollen wir uns nicht mal vorfahren müssen... in Game Boy sahen und dann ein Roadrunner Hahaha... Guck mal auf mein Handy! Hahaha... Hattest du doch keiner noch nicht geschrieben wollt?! Er dreht ab! Der war ein Stein! Der Warne! Alter, voll zwei hinterher gieren! Hahaha... Hahaha... Der war seine zurecht, dass er zu retten ist,rip! Ja, ich fahre jetzt einfach vor, ist mir wurscht, ich fahre vor ihm wohin. Äh, Walfi, du haben mal Büros markieren, alles muss mal hinfahren. Ok passt, guck guck, wir müssen noch gut dran fahren von uns. Nichts, aber er will mich. Jetzt ist noch mal zwei drin. Hierher. Oh, fettig. Wo? Uah, ah, ah. Ups, äh. Straßensperre. Wofi, wofi, wofi. Jetzt rauch, jetzt rauch. Alter. Was tust du noch? Ich buchte, glaub ich müssen uns trennen. Scheiße, ich bin nicht gestört, Alter. Komm zu mir, Peter, komm zu mir. Peter, hab ich den Weg. Er ist ausgestiegen. Er ist nicht zwar ausgestiegen. Steck' aus, steck' aus, steck' aus, steck' aus, steck' aus. Ich buchte ihn nicht. Oh, die Worte muss auch noch nicht. Titter ziehen. Gott, der hört zu einem Geld. Ich seh' bei euch nicht, bei euch alles voller Rauch. Warte, du scheiße. Aber ich hab' zwei, ich hab' zwei. Fort, fort, fort. Fahr, 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 fahr weg. Fahr, fahr, fahr weg. Fahr, fahr, fahr weg. Fahr, fahr. Pass, schön, 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 schön. Jetzt, jetzt helft's ihm. Wofi, schnell. Ah, Hilfe, ich hab' kein Leben mehr. Es sind nur zwei. Die haben aufgeben, oder? Nee, man muss nicht. Ah, die wollen mich rammen, Alter. Aufladen. Ich komm bei einer, wenn ich bei einer vorstecke irgendwo. Ah, der muss vorsteigen. Bin tot. Geil, jetzt. Ist okay. Alter, der hat gerade mit was geschossen. Der hat gerade mit was geschossen. Der hat gerade mit was geschossen. von mir. Links. Der ist weggeflogen, der Ifrit. Ich hab' schon klar, dass wir jetzt zwei noch fahren. Ich fahr' da drin. Ja, dann fahrst du auch nach Burgos, packst Auto rein und... Ich weiß nicht, wo Burgos ist. Ich hab' keine Ahnung, ihr könnt' auf die Map schauen. NADA! Also, ich hab' ne Markierung gehabt. Wurscht, ihr war'n Bull getötet. Links. Links, irgendwo links. Links, ab. Ja, irgendwo links durch. Weil wir Medi-Kurven gehabt? Nein. Ich fahr' auf die Hauptstraßen, sag's mal. Ja, ja, jetzt, jetzt, da links. Links. Irgendwas schießt da, ja. Boah! Alter, alter! Boah! Ja, danke fürs Aufstellen, Junge. Rammt mir zweimal, ich bin am Loch gelegen. Rammt einmal noch einmal, bin ich weg. Boah! 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 Ja, ich hab' da Medi-Kurven. Warte, ihr habt's gerade noch Ahnen hinter euch, oder? Ja, es legt gerade aus. Dann bleibt es stehen, steigt es raus, wenn sie aussteigen, wird... ...hat ja gerade mein... ...hierf wird gesprengt. Ja, ein Klos ist gerade explodiert. Ja! Illegales Fahrzeug, wird gesprengt. Wo steht denn das? Da steht doch in den Regeln drin. Ey? Na, oder? Ja. Ja. Na, das dürfen sie nicht. Das dürfen sie wirklich nicht. Das steht in den Regeln drin. Ohne Scheiß. Illegales Fahrzeug wird beschlagnahmen und zerstört. Oh Scheiße, da ist zu. Die haben gerade 2,1 Mille von mir zerstört. Ohne Scheiß. Klicke von mir. Ja, die Worte muss ein Medik. Ich wollte übrigens gleich festgenommen und wohne den Hilfen nennen. Alter, was soll ich tun? Das ist jetzt so ein RBSB-Netz. Keine Ah. Auf dem Server nicht? Nein. Auf dem Server nicht. Gale ist, was soll ich tun? Ich muss mir auch andere Routen zeigen, die ich dir mal geschrocken ist zu. Auf der Hauptstraße rechts. Jetzt rechts, oder? Ja. Ich will nur meine Ilfrid wegparken. Ja, wir fahren. Oh, bist du, du Kräuer, wir sind ein paar Meter gefahren. Hey, der hat abgedreht. Bin ich nicht. Echt, oder? Ja, das ist ein riesig, oder? Ja, fahr weiter, bleib nicht schön, fahr weiter. Dass er in die eine fährt, damit ich ihn nach hinten wegtragen kann. Ich hab den Baum von mir nicht gesehen, weil die Kamera nach hinten gerade fährt. Ah. Aha. Nein, das ist in die Frid. Wohin soll ich fahren? Ja. Bleib auf der Straße. Ich muss voll Gas fahren. Rechts. Wo? Da, jetzt rechts. Ja, ne, ne. Das ist doch immer nix. Okay. Also, wir sind gleich in der Tiere. Also, immer noch kein GPS-Beter, oder? Ja. Fahr... Rechts, durch. Man muss rechts irgendwo dann fahren. Rechts halten dann. Wow. 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 Wo, wo, wo? Wo, rechts? Ja, hallo, schau mal. Was war's doch auf DMC dann? Ja, komm. Jetzt rechts. Da, jetzt rechts. Ja, 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 ja. Zero, offens. Okay, alter. Der Joker war doch bei euch. S.E.K. Hartleiter. Warte mal, wir können jetzt irgendwie ummelden und der da schießen, oder? Nein. Pack den Ifrit ein. Ja, ja. Ob er... Aufschlossen ist. Aussteigen. Ben. Ich kann fast wehren, warum sie meinen zerstört haben. So, wenn wir jetzt sehen würden, wo ihr seid, gell? Wie, was kann man sagen? Ja, ja, ja. Sov ausparken beim Sov fahren. Und... Ja. ...davor irgendwo aussteigen und alle da schießen. Passt. Oh. Weißt du, wo das war? Seckst du unsere Karus auch nicht mal? Es war irgendwo bei der Mauer. Bei der Dorf... Beim Dorf an der Mauer war das. An der Mauer. Aufsperren. Was? Was ist denn da jetzt mit dem... Wer die Girl-Leute tut zuerst einmal die Sonne, ist ja die... Die auskommen wahrscheinlich. Da ist gerade irgendwo ein Heli gelandet. Na, das war der BMC. Ja, das ist die da. Ja. Ich schaue nicht die Liste. Nein, er sieht sie aber drüber rein. Ich kann jetzt nur mal in die Regeln lesen, ob sie wirklich meinen Ifrit zerstören dürfen. Ja, ich fahr grad. Ich fahr jetzt um zu Hause und probier' alle da schießen. Ich fahr jetzt um zu Hause und probier' alle da schießen. Ja, ich fahr grad. Nein. Was nein? Vorbieter weiter. Ich geb' dir die Schlüssel mal. Ich weiß nicht, wo das ist gar nichts. Egal, fahr du mal weiter. Ich guck kurz mal was. Fahr du weiter. Muss du nicht mehr fahren? Fahr mir das bitte. Fahr mir das bitte. Fahr einfach irgendwann um. Nur da hin, wo wir vorhin waren. Ja genau da möcht' ich aber um. Alter. Guck du in 2 und 1 in die Regeln. Ich kaufte zuerst ein Navi bitte. Genau. Ich kaufte mein Zirk. Ich will jetzt da ume und will dieses ICK töten. Weil die meine Klankollegen getötet haben. Versteht sich das nicht? Das ist richtig einsatz, ja.